Hi, ich bin Marabasch, studiere Kommunikationsdesign und arbeite neben mir als freiberuflicher Fotograf hier in Berlin. Neben der Fotografie interessiere ich mich viel für Grafikdesign, Magazine, Papier und Typografie. Besonders der handgläckige Aspekt begeistert mich sehr. Und diesen handgläckigen Aspekt konnte ich durch viel analoges Fotografieren dann in meine Fotografie verbinden und habe somit auch das Verfahren des Immersionslifts für mich entdeckt.